Es gab tatsächlich einen Livestream eines Berliner Ensembles, das die Korrektiv-Recherchen irgendwie nachgestellt hat. Und das würden wir uns mal angucken. Also vorab, was ist das jetzt? Die investigative Redaktion von Korrektiv veröffentlichte am 10. Januar eine Recherche rund um ein Treffen, von dem niemand erfahren sollte. AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer kamen im November 2023 in einem Hotel in Potsdam zusammen. Sie planten nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Korrektiv war auch im Hotel und hat das Treffen dokumentiert. Die ganze Recherche finden Sie hier. Regisseur und Intendant des Volkstheaters Wien, Kai Voges, bringt die Recherche als Koproduktion des Berliner Ensembles und des Volkstheaters Wien in Form einer szenischen Lesung auf die Bühne des Berliner Ensembles. Wir sehen jetzt eine Lesung, die dieses Treffen nochmal richtig darstellt. Klingt super interessant, das gucken wir uns jetzt an. Sehr verehrte Damen und Herren, hallo, ich möchte Sie herzlich zum diesjährigen Düsseldorfer Forum begrüßen, hier im wunderschönen Landhaus Adlon. Die lesen das jetzt also vor, also die spielen das mehr oder weniger nach. Das ist jetzt ein bisschen Kultur. Kultur jetzt. Leni C. in Potsdam. Einige von Ihnen haben einen langen Weg hinter sich. Sie kommen aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus Österreich. Wir hoffen, dass Sie auf dem Weg hierher nicht zu viele Umstände in Kauf nehmen mussten, um zu uns nach Potsdam zum Düsseldorfer Forum zu gelangen. Warum das Düsseldorfer Forum Düsseldorfer Forum heißt, das wissen wir ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau. Was wir wissen ist, wer dazu eingeladen hat und deswegen darf ich unsere beiden Gastgeber vorstellen. Die Herren Dr. Gernot Möhrig und Hans-Christian Limmer. Quelle Backwerk. Quelle Zahnarzt go. Okay. Warum sind immer Zahnärzte die weirden, oder? Gernot Möhrig, hier links im Bild, war Zahnarzt in Düsseldorf. Er ist der Sohn von Wilhelm Möhrig, einem ehemaligen SA-Truppenführer, der bereits 1932 Mitglied der NSDAP gewesen ist. Das ist früh. Das ist sehr früh. Auf dem Entnazifizierungsvermerk von Vater Wilhelm Möhrig ist vermerkt, ist für den Öffentlichen und Halböffentlichen nicht tragbar. Nur einfache Tätigkeit in untergeordneter Stellung erlaubt. Mitte der 70er Jahre amtierte unser Gastgeber Gernot Möhrig als Bundesführer des Bundes Heimattreue Jugend. Das ist ein rechtsextremer Verband, dessen Nachfolgeorganisation 2009 verboten wurde, wegen ihrer Neonazi-Programmatik. Die waren so rechtsextrem, dass der ehemalige AfD-Bundesvorsitzende in Brandenburg, Andreas Kalbitz, aus der AfD ausgeschlossen wurde, eben weil er auf einem Lager von denen gesehen wurde. Könnt ihr euch an Andreas Kalbitz das Bild erinnern, wo er dann in diesen Lederhosen unterwegs war? Auf diesem Festival? Ich glaube, das war das Bild, was man dazu gesehen hat in den Medien. Gernot Möhrig ist also in die Fußstapfen seines Vaters getreten und kommt aus Kreisen, die offiziell... ...zu rechts für die AfD. ...der AfD zu rechts sind. Und damit noch einmal ein Applaus für Dr. Gernot Möhrig. Chad, das ist Theater. Also die stellen das jetzt vor. Das ist Theater, das Kultur. Ihr wart vielleicht noch nie im Theater. Das ist jetzt eine Kulturveranstaltung. Unser zweiter Gastgeber ist heute leider nicht persönlich anwesend. Wie wir alle wissen, genießt er seine Privatsphäre und ist ein Mann, der lieber unerkannt bleibt. Ja, tatsächlich hat er es geschafft, sein Engagement für das, wofür er sich hier eben engagiert, bisher nicht öffentlich werden zu lassen. Hans-Christian Limmer. Hans-Christian Limmer hat die Kette Backwerk groß gemacht und ist heute Gesellschafter bei der Bürgerkette Hans im Glück. Ein namhafter Investor, ein reicher Mann und einer, der Sachen möglich macht, so wie heute hier eben das Düsseldorfer Forum. Auch Hans-Christian Limmer kommt aus einer traditionsreichen Familie. 2005 ging eine Gedenkstätte für gefallene Deutsche im Zweiten Weltkrieg in den Besitz der Familie über. Vater, Mutter und Sohnemann Hans-Christian verwalteten daraufhin diese Gedenkstätte in Borna, die zeitweise ein Treffpunkt für das Who is Who der Neonazi-Szene gewesen ist. Von unseren Gastgebern haben Sie Briefe erhalten, Einladungsbriefe direkt an Sie adressiert, um uns heute hier zusammenzubringen. Das Düsseldorfer Forum ist schließlich ein exklusives Netzwerk. Hier kommt nicht jeder rein. Das hier ist ein Ort ausschließlich für Patrioten, für Patrioten, die aktiv etwas tun wollen. Und die Kernaufgabe des Düsseldorfer Forums liegt in der Akquise von Spenden. Die Mindestspende für die Teilnahme am Düsseldorfer Forum liegt bei 5000 Euro. Das ist quasi das Eintrittsticket. Ein Studentenrabatt ist uns nicht überliefert. Wobei, wenn jemand mit dem angegebenen Betrag hadert, so hat es Gernot Mürig geschrieben, kann man sich auch bei ihm melden. So oder so, also bei den 5000 Euro Eintrittsgeld soll es natürlich nicht bleiben. Denn eingeladen sind hier vor allem Vermögende und Unternehmer. Da geht schon noch etwas, aber dazu dann später mehr. Wichtig ist ja auch vielmehr die Frage, wofür ist dieses Geld? Wofür sammelt das Düsseldorfer Forum? Das Düsseldorfer Forum sammelt Spenden, um im Geheimen rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Stopp, 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 stopp. Das dürfen wir so nicht sagen. Das ist nicht belegt. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und es tut mir leid, dass ich hier mal stören muss. Aber das dürfen wir so nicht sagen. Entschuldigung, wir sind doch hier auf einer Bühne, da dürfen wir alles sagen. Ja, aber das hier ist nicht irgendeine Veranstaltung im Berliner Ensemble. Das hier ist nicht die Drei-Goschen-Opera. Schade, da hätte ich gerne mal mitgespielt. Das hier ist eine Kooperation mit der Investigativ-Redaktion von Korrektiv. Die folgen den höchsten journalistischen Standards. Wir können hier also nicht einfach behaupten, dass das Düsseldorfer Forum Spenden sammelt, um im Geheimen rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Ja, aber das schreiben die doch hier in den Briefen. Genau so. Das ist doch alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Na, aber sie schreiben das halt eben nicht ganz genau so. Genau darin liegt ja die journalistische Arbeit. Machst du hier einen Fehler, hast du gleich einen Haufen Medienanwälte am Hals. Und wie sollen wir es dann stattdessen ausdrücken? Naja, wir können sagen, es scheint, als würde das Düsseldorfer Forum Spenden sammeln, um im Geheimen rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Okay. Es scheint. Es scheint. Also klar. Gut, dann... Und teilweise zum... mutmaßlich offenbar. Es scheint, als würde das Düsseldorfer Forum Spenden sammeln, um rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Wie viele genau eingeladen wurden, das wissen wir nicht. Ne? Ne. Also, ne. Was wir wissen, dass zum Düsseldorfer Forum 2023 20 bis 30 Menschen anreisen. Bereits am Vorabend der Veranstaltung sind einige Gäste eingetroffen. Ein weißer SUV aus Stade rollte auf den Hof. Aus den Fenstern ballerte die Band, die Band Freiwild. Oh mein Gott! Nein! Nein! Nicht Freiwild! Die sind doch so demokratisch! Jetzt nimm mir nicht noch Freiwild weg! Erst die Onkels, nachdem der Lamborghini-Fahrer da wen totgefahren hat, und jetzt auch noch Freiwild! Oh! Nein! Nein! Nicht Freiwild! Wir! Wir! Wir schaffen Deutschland! Direkt daneben, stilecht, so ein NSU-mäßiger Wohnwagen. Uh! Aber der große Tag des Düsseldorfer Forums, das wird der kommende Tag. Der 25. November 2023. Und es ist ein Verschneiter-Morgen, als die Gäste sich im Landhaus Adlon in Potsdam versammeln. Alter, die haben das alles aufgenommen. Oh mein Gott! Bruder! Es wundert mich ja gar nicht, dass die komische Weidel versucht hat, auf die Tränendüse zu drücken. Die hat ja gesagt, man fühlt sich ja schon wie bei der Stasi. Die haben uns beobachtet. Warum machen die das? Das ist doch hier der Martin Sellner, dieser rechtsextreme Identitäre aus Österreich. Ja. Na, wo kommen sie wohl her? Ah, das ist doch wohl der, denn ist das nicht der Ulrich Sigmund, der AfD-Fraktionsvorsitzende aus Sachsen-Anhalt? Ja! Oh mein Gott! Oh, hier, hier, halt, 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 mal stehen. Hier, haben wir da nicht Gerrit Hui, die Bundestagsabgeordnete für die AfD? So ist es. Oh Gott, diese Trottel, diese faschistischen Trottel. Und die gehen da alle gerade zu dem Düsseldorfer Forum? Ja. Ganz genau. Hui. Aber du, sag mal. Ja, ja. Woher haben wir das? Was? Na, das. Ach so, die Aufnahmen? Ja. Ach so, ja, also das exklusive Düsseldorfer Forum, das war an jenem verschneidenden Novembermorgen doch nicht ganz so exklusiv wie geplant. Äh, wie jetzt? Naja, also JournalistInnen von Korrektiv waren mit dabei. Da. Mhm. Als ob. Na doch. Na, also, Moment mal, also da ist ein geheimes Treffen von Patrioten, die sich ein Wochenende in einem Landhaus in Potsdam gönnen, um dort ihre Geldbörsen zusammenzustecken, um scheinbar rechtsextreme Aktivitäten zu unterstützen und Korrektiv ist da dabei. Ja. Also es geht außerdem nicht nur darum, Spenden zu sammeln. Das ist laut den Einladungen zwar Kernaufgabe des Forums, aber jede Leistung gibt es, bei jeder Leistung gibt es in der Regel auch eine Gegenleistung. Auf dem Forum für Patrioten soll ein sogenannter Masterplan vorgestellt werden. Ähm, was ist das bitte für ein Masterplan? Naja, ich schätze mal für Deutschland. Ein Masterplan für Deutschland von rechten Patrioten. Ja, also, Deutschland ist da aber nicht das Deutschland, wie wir es allgemein verstehen. Ich meine, die meinen nicht unbedingt den Rechtsstaat Deutschlands, sondern haben da wohl ein etwas anderes Verständnis. Grundsätzlich sehr missverstandene Partei. Wie wir vorhin schon gelesen haben. Und zwar? Naja, ich würde sagen, so ein völkisches. Also, Deutsch sein als Rasse, oder wie oder was? Ja. Und der Staat ist nur ein Instrument, um eine Rasse oder Ethnie, wie Sie es in Ihrem Nazi-Marketing sprechen nennen, von anderen Rassen reinzuhalten. Gut, da sind also jetzt hier 20 und 30 Leute, die bereit sind, 5000 Euro Eintrittsgeld zu zahlen, um einen Masterplan zu entwerfen für das, was Sie als deutsches Volk begreifen. Ja. Da habe ich aber kein gutes Gefühl bei der Sache. Den ersten Ausschlag für diesen Masterplan macht der rechtsextreme Martin Sellner, den wir da eben gesehen haben. Das stand auch auf der Einladung. Ach so, und wenn es ja auf der Einladung stand, dann wussten es ja die Leute, die da kommen, alle. Ja, ganz genau, die wussten das. Okay, sorry, jetzt aber nochmal langsam. Da wird von einem Rechtsextrem jetzt ein Masterplan vorgestellt, ja? Und unter diesem Haufen Patrioten, da haben sich Leute von Korrektiv untergemischt? Ja, genau. Glaube ich nicht. Was? Ah, nicht? Nein, never. Okay. Also würdest du auch nicht glauben, dass einer von denen eine Armbanduhr getragen hat und damit ein bisschen gefilmt hat? Ja, klar, und wir sind hier bei James Bond, ja? Okay, Aufnahmen ab, bitte. Oh mein Gott. Also gut, es ist ein bisschen verwackelt, aber... Ah, ja, 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 da sieht man Ulrich Siegmund. Unter anderem und... What the... Ja, genau, da ist die Tafel, an denen Sie alle gesessen haben. Das ist, äh, was, was? Ja, ja. Und das Witzigste, dazu kommt, dass im Foyer noch Flyer ausgelegt wurden, hier. Und so konnte... 007 Korrektiv. Real Talk. Man wunderbar, ohne dass... Die sind da rein mit der Garmin-Uhr. Hallo. Ähm, kann ich, ich hab... Kann ich mal auf die Toilette gehen? Hallo? Ich... Kann ich mal auf die Toilette gehen? Hey, so stelle ich mir es vor. So stelle ich es mir einen vor. Äh, entschuldigen Sie, können Sie mich mal nach der Uhrzeit fragen? Äh, wieso? Machen Sie einfach. Äh, wie spät ist denn das? Ähm, es ist... Es ist gerade... Kurz nach sechs. Es auffällt, beim See neben dem Adlon ein Saunaschiff anlegen lassen, wo sich eine Kamera mit Teleobjektiv drauf befand. Die Aufnahmen, bitte. Bitte was? Warte mal, warte mal, das hab ich jetzt nicht gerade mitbekommen. Und so konnte man wunderbar, ohne dass es auffällt, beim See neben dem Adlon ein Saunaschiff anlegen lassen, wo sich eine Kamera mit Teleobjektiv drauf befand. Die Aufnahmen, bitte. Ach, du Scheiße, Bruder. Halbe Jägerhüste. Morgens, bevor der Bio-Deutsche sich seiner Tätigkeit im Arbeitsmarkt widmet, steht der Korrektivbeauftragte Mediensniper schon in seinem kleinen Jagdhaus. Und da, da hat er ihn im Visier. Braunwild. Es scheint ein Männchen zu sein. Und hier gibt es schon seinen rechten Arm. Guck dir das an, Alter. Oh, Gott. Ist das crazy, Bruder. Ist das crazy, Bruder. Das ist schon legendär. Das ist schon legendär. Gut, da wurden also zwei Autos vor die Bude gestellt, ein Schiff gecheckt und Leute, die wahnsinnig genug sind, sich unter einen Haufen Faschos... Ey! Oh, was denn? Mutmaßliche Faschos. Gut, ach so. Wir haben da Leute, die wahnsinnig genug sind, sich unter einem Haufen Patrioten unterzumischen, ja? Ja. Wusste es, James Bond ist echt. Worüber wir Ihnen heute hier erzählen, ist wahr. Das Düsseldorfer Forum hat stattgefunden. Und was dort besprochen wurde, ist ehrlicherweise kaum in Worte zu fassen. Wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen es trotzdem. Die haben ja anscheinend. Die haben ja anscheinend alles. Das Landhaus Adlon. Dort hat sich ein Reporter von Korrektiv eingemietet. Und in den anderen beiden Sälen, da fand das Düsseldorfer Forum statt. Das sind die Säle, in denen die Vorträge gehalten wurden und dort sehen Sie auch die Tafel, an der gespeist wurde. Tauchen wir also gemeinsam ein, ins Düsseldorfer Forum 2023. Das sieht ein bisschen aus wie der Raum in den beiden letzten Teilen von Harry Potter, wo Voldemort so ein bisschen das Muggel, die Muggelfrau, gequält hat mit seinem Zauberstab. Keine Ahnung, wo mir die Parallelen einkommen, aber sieht ein bisschen aus wie derselbe Raum. Weißt du, wo Professor Snape dann rechts saß und dann diese Frau in der Malfoy-Manner oben rumfliegt. Severus, wir waren doch Freunde. Warte, ich kenne dich an, sagt der Nazi, äh, der Voldemort. Sorry für Spoiler. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal bitte die Anwesenheitsliste durch. Jupp, 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 jupp. Also du liest vor, ich hake ab. In der Weinfolge. Gut, ähm, Gernot Mörig, ein Zahnarzt im Ruhestand aus Düsseldorf. Jupp. Was warst du schon da? Warte, warte, was warst du schon da? Gernot Mörig, ein Zahnarzt. Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr dabei. Mit sechs? Arzt im Ruhestand aus Düsseldorf. Jupp. Wobei? Ähm, Friedrich Arne Mörig, Sohn von Gernot Mörig. Check. Es bleibt einfach in der Familie, Alter. Es bleibt wirklich in der Familie. Ähm, und, ähm, was heißt hier das Durchgestrichene? Ah, den Namen darfst du nicht sagen. Aha, naja, okay. Ähm, dann also, äh, die Frau von Gernot Mörig. Abgehakt. Mhm. Merkwürdiger Familienausflug. Martin Sellner, ein rechtsextremer Aktivist aus Österreich. Jupp. Warte, ich muss... Staatsbürger, das ist das größte Problem, völlig richtig. Oh mein Gott, die haben einfach... Das sind Zitate aus der Besprechung, oder? Der hat ihre sehr... Der komische Investigativjournalist hat seine Garmin-Uhr da abgelegt. Rechtsextremer Aktivist aus Österreich. Jupp. Alexander von Bismarck. Ist das ein Nachfahre von Reichskanzler Bismarck? Ah, nee, nicht ganz. Also er kommt aus der Döbbelin-Linie und der Kanzler aus der Schönhausen-Linie. Und diese Linien sind schon... Alles klar, der Hering hin oder her. Ja, dann ein IT-Unternehmer und Blut- und Boden-Nazi. Sag mal den Namen, bitte. Na, da steht hier nur ein IT-Unternehmer und Blut- und Boden-Nazi. Auf dem Schild. Ja. Also... Also gut, dann ist er auch nicht von gesellschaftlichem Interesse. Damit hat er ein Anrecht auf Wahrung seines Persönlichkeitsrechts. Ein Neurochirurg aus Österreich. Alter, kein Geschlecht oder Name. Oh, nee, komm, komm, wir können das Bild zeigen. Das hat er im Internet. Das ist so witzig. Das hat er ins Internet. Ja, bitte. Was? Wunderbar. Yes. Er hat recht. Das ist ja wirklich großartig. Henning Pless, rechtsextremer Heilpraktiker und Esoteriker. Er. Dann haben wir Mario Müller, ein rechtsextremer Schläger. Hab ich. Ein junger Identitärer. Noch einer. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ehrlich gesagt noch ein paar, vermute ich. Alles klar. Gut, dann haben wir zwei Leute, die von der Werteunion sind. Was ist denn das nochmal? Ah, die Werteunion. Das ist ein eingetragener Verein, der beansprucht, einen konservativen Markenkern der CDU und CSU zu vertreten. Ah ja, sind das nicht die, die jetzt darüber abstimmen, ob sie mit Hans-Georg Maaßen eine Partei gründen? Ja, genau. Gut, wen haben wir denn? Einmal Simone Baum. Linksrutsch, I guess. Um, Vorstand der Werteunion NRW und Michaela Schneider, stellvertretender Vorstand auch vom Landesverband NRW. Wunderbar. Das ist im Auge des Betrachters. Dann ist hier noch Silke Schröder vom Verein Deutsche Sprache. Verein Deutsche Sprache. Ja, die versuchen über Genderpolitik oder mit Genderkritik im bürgerlichen Milieu zu fischen und die Leute dann mit nach rechts zu ziehen. So, dann Ulrich Vosgerau, Kuratoriumsmitglied der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Uh, hab ich. Und last but not least die Anwesenden der AfD. Hui. Genau, Gerrit Hui. Bundestagsabgeordnete. Dann Ulrich Siedmund, Fraktionsvorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt. Tim Krause, Vorsitzender im Kreis Potsdam. Und Roland Hartwig. Rechte Hand der Parteichefin Alice Weidel. Alice Weidel. Ganz oben, ganz, ganz oben, Degar. Rechte Hand der Parteichefin Alice Weidel. Wow, passt. Rechte Hand, ja. Gut, was mit dem Rest? Naja, die können wir jetzt nicht alle vorlesen. Die wichtigen sind mal hier versammelt. Aber wir müssen ja auch die Quellen von Korrektiv schützen. Ah. So, aber die haben noch einen Informanten aus dem Innern. Pssst, Quellenschutz. Ja, Moment, aber wir haben die Namen doch. Pssst. Gut, naja, auf jeden Fall eine illustre Runde. Mindestens drei Neonazis, einige Unternehmer, zwei aus der Werteunion und mindestens vier offizielle der AfD. Gut, seid ihr bereit? Uff. Halt. Ja. Es geht los. Habt ihr gerade gemerkt, was sie für Paranoia reinstreuen? So von wegen Invest, also Insider und dann sie sagen die Namen nicht. So ein bisschen auf, wer wird's wohl gewesen sein? Wen kann man noch vertrauen? Das ist smart. Schön verunsichern, die Faschos. Schön verunsichern. Meine lieben Patrioten, ich bin die Bühnenfigur Gernot Mürig und heiße euch noch einmal ganz herzlich willkommen. Was ich jetzt hier sage, das habe ich wortwörtlich so nicht gesagt, aber einige Begriffe und Ausdrücke, die konnten durch Gedächtnisprotokolle überliefert werden. Das war wichtig, damit das Ausmaß meiner faschistischen Sprache zur Geltung kommt. Okay, also, schön, dass ihr da seid. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte gehofft, dass wir noch mehr werden. Ich habe viele Absagen bekommen aus verständlichen Gründen, teilweise zumindest. Es haben spontan noch mal einige abgesagt, schade. Aber meine Frau hat gesagt, ich soll nicht immer so negativ sein. Deswegen wichtig ist, dass wir heute hier sind. Einige von euch kennen sich schon aus unseren frühen Treffen und andere werden sich hier kennenlernen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr dabei. Und es ist mir egal, was ihr dabei versteht. Ob rechts, alternativ, Nationalsozialist, ist mir egal. Wirklich. Ich genieße dabei das Privileg, dass auch meine Eltern dabei gewesen sind. Holy shit. Auch meine vier Geschwister sind dabei. Ach du Gott. Naja, und dann ist da noch meine Frau, die Astrid. Hallo, mein Schatz. Und die Astrid, die ist auch dabei. Genauso wie unsere vier Kinder. Aber nicht nur das. Unsere vier Kinder sind auch noch alle vier aktiv. Und dann haben wir noch ein großes Glück, dass unsere Schwiegerkinder auch alle aktiv sind. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und ich weiß, das wirklich zu schätzen. Ich selbst bin Zahnarzt gewesen. Davor war ich Zahntechniker. Und es haben immer alle gedacht, das ist die Bestimmung von der Bühnenfigur Gernot Möhrig. Das ist seine Lebensaufgabe. Aber da haben sie sich geirrt. Alle. Denn meine Lebensaufgabe, das ist die Familie. Und meine Lebensaufgabe ist das Volk. Was wir hier machen, das... Eine schrecklich rechte Familie. Tatsächlich. Richtig. Anders kann man das gar nicht sagen. Es fällt mir auch wie Schuppen von den... Es ist eine schrecklich rechte Familie. ...ist Netzwerk. Wir sind ein Kreis niveauvoller Faschisten. Hey. Das steht hier so. Willst du verklagt werden? Nee. Okay, dann... Wir sind ein Kreis niveauvoller Patrioten. Wir bringen Menschen zusammen, die richtig etwas bewirken können. Und wenn ich sage Netzwerk, dann sehe ich mich auch in einer großen Verantwortung. Ich selbst bin in Teilen der Antifa bereits bekannt. Das ist sehr unangenehm. Oh Gott. Die Antifa GmbH. Sie kennen ihn. Sch*** Chat. Wirklich. Weil die machen einem schon Probleme. Und deswegen war es mir so wichtig, dass heute hier alles sicher ist. Und geheim. Ja. Bitte ich. Ich bitte euch da wirklich sehr drum. Benutzt nicht eure Handys. Wenn ich das schon sehe, wie da vorne jemand auf seinem Handy tippt. Da sind überall tausend Mikros dran. Oh mein Gott. Nein. Ehrlich. Da ist die Antifa quasi vorprogrammiert. Ja. Oh mein Gott. Die Antifa. Nein. Oder nach der Veröffentlichung dieses Artikels, dieses Videos hat Herr Möhring, lebt er in so einem fahrerischen Käfig, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, in so einem Gitterkäfig, wo jeder, bevor er reingeht, alle digitalen und elektronischen Geräte abgeben muss, bevor er mit ihm redet. Faradäischer Käfig heißt das, glaube ich. Deswegen lief bei uns auch alles postalisch. Weil bei WhatsApp, Telegram, das ist alles nicht sicher. Nee. Aber gut, hier sind wir sicher. Hier können... Entschuldigung, gibt's hier Kaffee? Bitte? Kaffee. Ich hätte gerne einen Kaffee. Entschuldigen Sie, aber Sie stören hier. Bitte gehen Sie. Kein Kaffee? Nein. Nein, 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 bitte. Warte mal, Halt. Kaffee gibt's nicht. Oh mein Gott, die Ohr! Hier können... Entschuldigung, gibt's hier Kaffee? Bitte? Kaffee. Die Ohr mit der Antenne. Ich hätte... Ich hätte einen Kaffee. Entschuldigen Sie, aber Sie stören hier. Bitte gehen Sie. Kein Kaffee? Nein, nein, nein. Warte mal, Halt. Kaffee gibt's nicht. Sorry. Kein Kaffee. Tschüss, Lidolf. Ist das geil. Oh Gott, die Antifa war hier. Also, wo war ich? Ja, also, ich freue mich, dass wir hier Offizielle aus der AfD mit dabei haben, aber auch welche, die sich in der CDU engagieren, damit die Brandmauer endlich fällt. Das ist super. Und danke auch, dass viele schon so toll gespendet haben. Ihr wisst Bescheid. Ihr könnt meiner Astrid einfach ganz dezent eure Briefumschläge zustecken oder auf unser neutrales Konto überweisen. Gut, dann möchte ich jetzt zum Masterplan kommen. Einige von euch haben mir geschrieben, dass wir einen Masterplan brauchen. Und da dachte ich mir, wer könnte denn da einen Aufschlag machen? Da gibt's doch keinen besseren als, da krieg ich selber jetzt ein bisschen Gänsehaut. Martin Sellner. Der alte Öst... Also, die Ironie ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen vorprogrammiert, oder? Martin Sellner aus Österreich, der in einer Potsdamer Konferenz seinen Masterplan vorschlagen soll. Er kriegt hier auch schon Gänsehaut. Mir wird dabei schlecht. Als dich, lieber Martin. Martin Sellner. Den muss ich niemandem vorstellen. Martin wird heute über den Begriff der Remigration sprechen. Denn, und das ist mir wirklich wichtig, das noch einmal heute hier zu betonen, alles andere, die Haltung zu Corona-Maßnahmen und Impfungen, die Frage der Ukraine und Israel, all das sind Streitpunkte, die uns in der rechten Spalten. Aber die einzige Frage, die uns zusammenführt, ist eben die Frage der Remigration. Ob wir als Volk im Abendland noch überleben oder nicht. So, Martin Sellner tritt jetzt mal nach vorn. Gemarktete G, bitte. Sein Begriff der Remigration, der klingt abstrakt und bürokratisch. Das Konzept dahinter, das erklärt er ungefähr so. Also, Bühnenfigur Martin Sellner. Es gibt drei Zielgruppen der Migration, die Deutschland verlassen sollen. Drei Zielgruppen von Ausländern, deren Ansiedlung rückabgewickelt werden muss. Erstens, Asylbewerber. Zweitens, Ausländer mit Bleiberecht. Und drittens, und das ist das größte Problem, nicht-assimilierte Staatsbürger. Okay. Nicht-assimilierte Staatsbürger, Ladies and Gentlemen. Okay, stopp mal kurz. Komm jetzt, hör doch mal hier auf. Nee, Leute, sorry, nicht-assimilierte Staatsbürger. Habt ihr sie noch alle? Entschuldigung, das ist der Begriff, den er verwendet. Na und, das müssen wir doch nicht reproduzieren, diesen Nazi-Sprech hier. Damit geben wir deren Propaganda doch nur mal wieder Raum. Es gibt keine nicht-assimilierten Staatsbürger. Das ist einfach nur ein Kampfbegriff. Ja, natürlich, aber das ist nun mal der Punkt. So funktionieren die. Hier wird über Sprache, also auf kultureller Ebene, das Staatsrecht von Menschen in Frage gestellt. Und wir erfinden das ja nicht. Diesen Begriff, den hat Sellner schon in seinem Buch verwendet. Ja, Entschuldigung, wenn wir die Tragweite dessen, was beim Düsseldorfer Forum passiert ist, begreifen wollen, dann müssen wir da genau sein. So grauenvoll und furchtbar das auch sein mag. Das ist so... Okay, Entschuldigung, darf ich weitermachen? Ja. Cool. Das rechte Hauptziel ist die Bewahrung ethno-kultureller Identität und Substanz. Ja, dann sag's jetzt auch richtig. Du meinst die Bewahrung der Rassen. Ja, ich weiß. Ist klar, meint er das. Der ist eben aus der Nazi-Marketing-Abteilung, okay? Deswegen sagt er Ethnie, Identität und so weiter. Also, darf ich jetzt bitte weitermachen? Ja. Damit wir es schaffen, den Bevölkerungsaustausch aufzuhalten, ist eine radikale Wende notwendig. Dafür muss man die Politik der Remigration anwenden. Von lateinisch re, also zurück, und migrare übersiedeln. Zurück übersiedeln. Bestehende Staatsbürgerschaften sollten dafür einer Revision unterzogen werden, damit Menschen, denen leichtfertig ein deutscher Pass gegeben wurde, zurückgesiedelt werden können. Dazu gibt es ja zum Glück bereits Konzepte rechter Parteien und Bewegungen. Also, warte mal, übersetzt bedeutet das nichts anderes als, es geht um die Vorbereitung einer millionenfachen Vertreibung. Vertreibung, Remigration heißt Vertreibung. Deportation, ja. Höcke hat bereits 2018 angemerkt, dass neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein würde. Ja, eine Nähe zwischen Sellner und Politikern der AfD ist dabei, schon länger zu beobachten. Ja. Ich weiß nicht, ob genug auf den Zusammenhang mit Staatsbürgern eingegangen wurde, aber ich benutze mal das Wort Deportation. Das bezieht sich tatsächlich, so absurd es klingt, auf die Deportationsforderung von Staatsbürgern, die sich nicht dem rassistischen und rechtsradikalen Bild dieser illustren rechtsextremen Gesellschaft hingeben wollen und Menschen, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die aber vergeben wurde, obwohl sie Eltern haben, die, und Großeltern muss man mutmaßen, die nicht aus Deutschland kommen. Das hier ist Theater übrigens, also um das zu verstehen. Vorhin hat jemand gesagt, für wie dumm hältst du uns? Und man muss sowas leider auch immer wieder erklären. Das ist eine theaterkulturelle Aufarbeitung von diesen Treffen. Die spielen das nach. Das, was die machen, ist sozusagen, die Informationen nochmal wiederzugeben. Sich also auf diese Person jetzt zu beziehen, sollte man nicht machen. Das ist Schauspiel, Theaterspiel. Hier der Kollege von euch. Lieber AfDler, euer Spitzenkandidat Maximilian Krah, der hat in seinem Büchlein da schon mal eine Rechnung gemacht, wie viele Menschen wir denn in Deutschland remigrieren könnten. Das wären insgesamt, Sekunde, ich habe es hier, 25 Millionen Menschen, davon 15 Millionen deutsche Staatsangehörige. Ja, das ist viel. Ja, ich sage das jetzt mal als Silke Schröder. Ja, eben. Wie soll denn das gehen? Hm, also, ähm, ähm... Na, Herr Sellner, verstehen Sie mich nicht falsch? Ich darf mich vorstellen. Also, ich bin Silke, Silke Schröder, Verein Deutsche Sprache. Ich habe inhaltlich keine grundsätzliche Kritik an der Idee. Aber wie soll denn das, entschuldige mal, gehen? Sobald ein Mensch einen deutschen Pass hat, ist das ja ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, man muss halt einen hohen Anpassungsdruck auf die Menschen ausüben. Ja, also, äh, wir in, äh, Sachsen-Anhalt, wir wollen es diesen Leuten auch einfach unattraktiv machen, da zu leben. Also, wir setzen ausländische Restaurants unter Druck und setzen darauf, dass sich das Straßenbild ändert. Ja, äh, liebe Bühnenfigur AfD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Siegmund, das halte ich für sehr sinnvoll. Aber, Remigration ist dann schon etwas, äh, größer gedacht. Äh, das geht nicht auf die Schnelle, das ist ein Jahrzehnteprojekt. Und was es dafür braucht, um auch deutsche Staatsangehörige zu remigrieren, sind maßgeschneiderte Gesetze. Na gut, aber das ist ja auch nichts Neues, nicht wahr, Herr Sellner? Okay, wie meinen Sie das jetzt? Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Gerrit Hui und ich bin Bundestagsabgeordnete für die AfD. Ja, okay. Und, äh, ja? Was dann? Äh, nee, also, Entschuldigung, ich bin eine Schauspielerin, die jetzt die Figur, äh, Gerrit Hui spielt. Ja, das war, ja. Und diese Figur, Gerrit Hui, die ist Bundestagsabgeordnete der AfD. So, und jetzt habe ich mal was zum Sagen, bitte. Also. Bitte was? Das Konzept der Deportation. Remigration. Hm? Ach so, ja. Also, das Konzept der Deportation. Remigration. Ja, das meine ich ja. Also, dieses Konzept, ja, das habe ich schon mitgebracht, ja, als ich, äh, also, als ich vor sieben Jahren in die Partei angetreten bin. Eingetreten. Eingetreten bin. Weißt du, was das ist? Das ist so fantastisch, wie alles, was ich von diesen verschwurbelten Rechten auch im Internet immer lese. Es ist gebrochenes Deutsch. Es ist in so vielen Fällen auch grammatikalisch schwierig ausgedrückt. Man versteht sich schlecht. Mit der Sprache können sie nicht so gut. Und ich finde es wundervoll, dass das hier auch genau so wiedergegeben wird, wie ich es täglich erlebe. Wir haben ja mittlerweile 50 Prozent Migranten in Deutschland. Nee, es ist eher ein Viertel Bundestagsabgeordnete. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, was Sie da munterfröhlich erzählen, Herr Sellner, das Konzept der Dings, äh... Remigration? Ja, das habe ich in die AfD eingebracht. Wie Sie schon gesagt haben, Herr Sellner, das wurde bereits längst von uns aufgegriffen. Ja, absolut. Die AfD ist ganz meiner Meinung. So. Aber das Problem ist ja das Wie. Wie soll das gehen? Wenn wir Menschen deportieren... Demigrieren. Ach, das ist doch das selber, meine F***. Also, wenn wir das machen wollen, dann haben wir bei den Menschen, die bereits deutsche Staatsbürger sind, ein Problem. Denn diesen Menschen müssen wir erstmal die Staatsbürgerschaft entziehen. Laut Grundgesetz kann man eine Staatsbürgerschaft durch ein, wie Sie sagen würden, Herr Sellner, maßgeschneidertes Gesetz aber nur dann entziehen, wenn diese Menschen dadurch nicht staatenlos werden. Und wir halten uns ja an Gesetze. Wir benutzen den Rechtsstaat, um mit Recht unsere völkischen Ideen umzusetzen. Das ist unser Ding. Alles legal. Und deswegen habe ich da auch eine vollkommen legalistische Lösung. Ich bin dafür, dass wir uns für doppelte Staatsbürgerschaft einsetzen. Was? Okay, Entschuldigung, Bühnenfigur Gerritur hier, das müssen Sie uns jetzt erklären. Na, also, wir waren ja mal gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Das hat meine Chefin, also die Alice Weidel, vor ein paar Jahren noch so gesagt. Die meinte, die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft gehört umgehend abgeschafft. Genau, das war unsere Position. So, und was wir jetzt brauchen, sind letztlich nur zwei Gesetze. Dafür machen wir jetzt mal ein Gedankenexperiment. Wir sind schon in einer Regierung und haben Gesetz Nummer eins installiert, das es wahnsinnig bürokratiefrei möglich macht, dass Menschen eine doppelte Staatsbürgerschaft annehmen. So, und jetzt sagen wir, da ist ein junger Mann, nennen wir ihn mal Emre. Emre ist hier geboren. Seine Eltern sind aus der Türkei hierher gekommen. Die Familie hat einen komplett legalen Aufentatsch. Können wir die zu dir in die Schweiz abschieben? In der Schweiz sind schon eine Menge Nazis. Bruder, hier regiert die SVP. Also, es ist schon ziemlich rechts in der Schweiz. Was du in der Schweiz für Debatten führst, also, das ist auch schon, das sind eigene Probleme. In der Schweiz wird immer noch darüber geredet, ob man Waffen, die man nicht hat, überhaupt noch der Ukraine geben soll. Obwohl man die nicht hat, sondern irgendwie man verkauft hat. Weil es ist ja dieses, du musst es irgendwie erlauben, obwohl du die Waffen nicht mehr besitzt. Und diese Unabhängigkeit und wir sind ja die Neutralen. Cringe. Hat man schon genug in der Schweiz, inklusive Nazi-Gold, da tun wir uns schon gütlich dran. Deswegen ist auch voll, würde ich sagen. Ist auch voll. Und wir, wir entziehen ihm nun, über ein Gesetz Nummer zwei, genauso bürokratiefrei, die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann hat er ja immer noch die türkische. Geht mit dem Grundgesetz. Und obwohl Emre in Deutschland geboren wurde, ist er jetzt auf dem Papier ein Türke. Und damit, ja, können wir ihn loswerden. Und deswegen werbe ich erstens für die doppelte Staatsbürgerschaft. Die Hintergedanken bei so einer dreckigen Scheiße, ne? Die Hintergedanken einfach. Krass, oder? Und was Gesetz zwei angeht, da sind wir in der AfD schon auf einem gemeinsamen Nenner. Eine Senkung der Hürden zum Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft auf den Weg zu bringen. Und so locken wir diese Menschen, die nicht zu unserem Volk gehören, in eine Falle. Alles vollkommen legal. Selna fährt fort. Und ein Aspekt in seinem Vortrag ist auch ein sogenannter Musterstaat in Nordafrika. Selna erklärt, in solch einem Gebiet könnten wir bis zu zwei Millionen Menschen hinbringen. Nordafrika übrigens, die, ich verweise nochmal auf die Großbritannien-Lösung von Premierminister Sunak, der eine Abschieberegelung nach Ruanda vorschlägt. Und das ist tatsächlich, das ist in Arbeit. Das passiert nicht in der EU mehr, sondern bei Großbritannien, aber es passiert anscheinend schon. Und das ist mehr oder weniger beschlossene Sache. Er hat das gesagt, er zieht das durch und so wird es wahrscheinlich auch passieren. Wo unabhängig von der Herkunft der Menschen jeder hingeschickt wird. Also egal wer, woher, was er lebt, alle nach Ruanda. Dann hatte man einen Ort, wo man Leute hinbewegt. Dort gäbe es die Möglichkeit für Ausbildung und Sport. Und alle, die sich für Geflüchtete einsetzen, könnten dann auch dorthin. Was Selina entwirft, erinnert an eine alte Idee. 1940 planten die Nationalsozialisten, vier Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren. Die Wannsee-Konferenz. Nur zwei Jahre später fand die Wannsee-Konferenz statt. Das Aufgabenziel war, auf legale Weise den deutschen Lebensraum von Juden zu säubern. Sag ich doch, alles legal. Ja, und alles total demokratisch. Die Korrektiv-Journalistinnen beschreiben in ihrer Recherche jetzt Folgendes. Draußen zerfällt der Schnee zu grauem Matsch, die Runde aber ist bestens aufgelegt. Für sie ist es eine gute Zeit. Ich, Gernot Mürig, bin ja normalerweise eher der pessimistische Typ. Aber an einem Tag wie heute, da schöpfe ich Hoffnung. Und das hat mit dem Masterplan von dir zu tun, Martin. Ja. Ich träume davon, dass es bald ein Expertengremium geben wird, das einen Plan für die Vertreibung der Menschen mit Migrationshintergrund auch deutscher Staatsbürger weiter ausarbeiten soll. Geschichte wiederholt sich. Das macht mir Angst. Wie seht ihr das? Mir macht das tatsächlich keine Angst. Ich bin auch ein bisschen beruhigt. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Tatsache, was mich beruhigt, ist, dass diese Reportage oder dieses Aufarbeiten, diese Dokumentation der Ereignisse bei diesem Treffen, wer dabei war, zu etwas geführt hat, das mir Hoffnung gibt, dass die demokratischen Werte und die antifaschistische Grundlage, die jeder Mensch haben sollte, tatsächlich im Kern in Deutschland am kräftigsten sind. Denn die Leute gehen auf die Straße zu Zehntausenden. Sie demonstrieren in Dresden, in Leipzig, in Berlin, in allen größeren Städten werden die Demos, sind Spontandemos entstanden. Dann gibt es Demos, die geplant wurden, die immer größer werden. Mir macht das keine Angst. Das ist natürlich schrecklich, was hier gesagt wird. Und das ist nicht zu verachten, was das in seiner Idee ist. Aber gerade die Reaktion der Gesellschaft, der ihr alle angehört, die Leute, die sich dazu entscheiden, auf Demos zu gehen. Ich habe in meinem Bekanntenkreis Nachrichten bekommen von Leuten, von denen ich noch niemals in irgendeiner Form gehört habe, dass sie das tun, in explizit zwei Fällen, in denen ich das nie erwartet hätte, von Leuten, die auf Demos gehen, dem antifaschistischen Widerstand beitreten, bei dem ich dachte, hä, das ist ja krass. Von Leuten, von denen ich das noch nie gehört habe. Und einfach, die auch nur sich in dem Bereich nicht bewegt haben und die dann einfach gesagt haben, ich bin jetzt unterwegs. Ich bin jetzt auf der Straße unterwegs. Und das macht keine Angst, das macht Mut. Gut, das gibt Hoffnung, weil Angst auch irrational, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, Angst auch sehr irrational ist, das schafft so ein bisschen Klarheit, wo man in der Gesellschaft steht. Und das ist wichtig. Und ich finde die gesamte Reaktion auf diese Aufarbeitung unglaublich stabil. Unglaublich stabil. Es rüttelt auf. In einer Zeit, in der man so viel extreme Dinge hört, bei denen man glaubt, es kann nicht mehr aufgerüttelt werden. Aber die Leute stehen von ihren bequemen Couchsofas, Sesseln auf. Das tun sie. Und sie fordern auch, dass juristische Überprüfungen von Verbotsverfahren gemacht werden. Es gibt mehrere Petitionen, die gerade umherkreisen. Eine davon, das Verbotsverfahren der AfD endlich zu prüfen. Die zweite ist, Björn Höcke seine Grundrechte entziehen zu lassen. Entschuldigung, Bernd Höcke. Weil er ein Faschist ist. Und all das sind zu Tausenden, zu Hunderttausenden, zu Millionen mittlerweile unterschriebene Petitionen, bei denen einfach gezeigt wird, ey, ja, wir sind uns dieser Scheiße hier bewusst und wir wollen nicht, dass das passiert. Wir stellen uns dagegen. Das ist sehr gut. Und zwar unter ethischen, juristischen und logistischen Gesichtspunkten. Ein Mitglied habe ich dafür bereits im Sinn. Ja, Hans-Georg Maaßen. Was jetzt kommt, ist fiktionalisiert. Und das ist ja auch so passend, weil ich, das habe ich gerade erst gesehen jetzt mit der Wannsee-Konferenz. Schaut mal, schaut mal. Ja. Also ich muss leider sagen, das ist nicht positiv in Erinnerung geblieben, das Video vom Parabelritter. Obwohl einige Punkte natürlich mit einigen Punkten übereinstimme. Aber ich finde es wichtig, dass hier rüber berichtet wird. Ich habe den Punkt nicht verstanden, bei dem vorgeworfen würde, dass Journalisten das reproduzieren und die sich in der Geißel der Rechten befinden. Das habe ich nicht verstanden. Was in dem AfD-Video von ihm halt thematisiert wird. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie er das meint. Weil ich finde die Art und Weise, wie das hier aufgearbeitet wird und wie die Medien das aufgreifen, bis zum jetzigen Zeitpunkt äußerst förderlich. Die Wannsee-Villa, die ist nur acht Kilometer von hier entfernt. Habt ihr das gewusst? Ich habe auch gesehen, draußen liegt da so ein Saunaboot. Vielleicht will der eine und der andere mit Astrid und mir. Entschuldigung, hallo? Was? Sehe ich da, dass Sie da irgendwas schreiben? Nein, ich mache mir nur Notizen zum Vortrag von Herrn Sellner. Ja, die möchte ich dann gleich aber sehen, ja? Oh, wie paranoid die sind, Digga. Ich möchte noch einmal betonen, wir sind hier sicher. Hiervon wird nichts nach draußen gelangen. Deswegen, bitte, Leute, bitte lasst eure Handys in der Tasche. Hier soll niemand mitschneiden. Auf keinen Fall, ja? Worüber jetzt in der nächsten Szene erzählt wird, daran hat bis gerade eben Korrektiv noch gearbeitet, damit heute Abend diese Informationen veröffentlicht werden können. Sie werden zeitgleich auch auf der Korrektiv-Webseite zugänglich gemacht. Szene 7. Der Vortrag von Mario Müller. Schönen guten Abend, mein Name ist Mario Müller. Nein, 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 Bühnenfigur Mario Müller. Ach komm, das ist doch jetzt wirklich mal belanglos. Nein, er darf nicht einfach Mario Müller heißen. Die werden eh versuchen, uns zu verklagen. Mach es doch den nicht so einfach. Gut, dann ist das also ein Nicht-Mario Müller. Gut, darf ich? Bitte, Nicht-Mario Müller. Also, ich darf jetzt den nächsten Vortrag halten. Ich mache es kurz. Ich mache es knackig. Ich bin gewaltbereiter Neonazi, zumindest wenn man den Linken glaubt. Ich bin so wie der Martin ebenfalls Mitglied der Identitären Bewegung und mehrfach verurteilter Gewalttäter. Ich war unter anderem als Autor für das rechtsextreme Magazin Kompakt aktiv und arbeite derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel-Schmidt. In meinem Vortrag, da soll es um einen weiteren Baustein des Gesamtkonzepts des Masterplans gehen, nämlich wie sich die linke Szene bekämpfen lässt. Die Antifa zum Beispiel ist die größte Gefahr für uns. Ohne die hätten wir schon viel mehr Erfolge. Ich werde heute einen Einblick in meine praktische Arbeit geben, denn um die linke Szene zu bekämpfen, ist meine Position als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten sehr effektiv. Denn was macht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag? Beziehungsweise anders, es hängt davon ab, wofür man eingekauft wird. Natürlich kann man zu Themen recherchieren, die dem Bundestagsabgeordneten selbst erst mal fremd sind, aber Teil seines Arbeitsalltags werden müssen. Natürlich kann man Pressemitteilungen schreiben, Webseiten aktualisieren, sich um die Social-Media-Profile kümmern und so weiter. Es ist alles möglich. Viel wichtiger ist allerdings Folgendes. Mit der Tätigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeit kommen auch Privilegien daher. Man hat Zugang zu Informationen, die nicht nach draußen dringen, zu eingestuften Dokumenten, zu Interna aus dem Parlament. Der Abgeordnete Jan Wenzel-Schmidt zum Beispiel ist ordentliches Mitglied im Finanzausschuss. Wenn ich meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter rechtschaffend nachkommen möchte, muss ich mich dazu natürlich mit ihm austauschen. Er ist zudem stellvertretendes Mitglied im Familienausschuss. Auch da ist Kommunikation notwendig. Und über meinen Posten und über die Kommunikation mit meinem Bundestagsabgeordneten komme ich eben an Informationen und Akten auch und vor allem zu Linksextremen. Aber jetzt haben wir hier in Deutschland ja leider eine Gewaltenteilung, also Legislative, Exekutive und Judikative. Und ich frage mich, was wäre, wenn man Exekutive und Judikative zusammendenkt? Also euch ist schon klar, von was der Herr gerade fantasiert, ja? Es kommt rüber, denke ich, ja? Ich denke schon. Fusioniert. Historisch gibt es dafür Beispiele. Gestapo. Die Gestapo. Wir können beides tun. Ermitteln und verfolgen. Ein Praxisbeispiel. Ich habe einen Menschen ausfindig machen können, einen Kriminellen, ein ehemaliger Berliner Autonomer. Er war zu dem Zeitpunkt aus der Szene ausgestiegen und wollte sich in Polen ein neues Leben aufbauen, als Kindergärtner. Süß, oder? Naja. Und wir haben das herausgefunden. Diese Information, dass da ein linker Krimineller auf die kleinen polnischen Kitties aufpassen will, die habe ich dann in Polen weitergegeben an erlebnisorientierte Fußballkreise. Und die haben den Mann dann konfrontiert, sehr handfest und sagen wir, sportlich. Daraufhin hat der Herr einen Nervenzusammenbruch erlitten. Außerdem ist er zum Kronzeugen in einem entspannten Prozess geworden, wo er seine ehemalige Genossin verraten hat. Lina E. Oder? Der beschreibt hier gerade so heftige Zugriffe zu Informationen. Holy shit, Alter. So, was ist also passiert? Durch gezielte Organisationen haben wir es geschafft, die Linken effektiv zu bekämpfen. Wir haben ermittelt und verfolgt. Als nächstes habe ich mich gefragt, was wäre denn, wenn das jetzt kein Einzelfall bleibt, sondern was, wenn wir das systematisieren? Was wäre, wenn ich als Mitarbeiter der AfD eine Plattform gründe, auf der Linksautonome versammelt werden? Jetzt könnten Sie sich vielleicht fragen, warum sollte man Linksautonome auf einer Plattform denn versammeln? Was passiert denn dann mit denen? Das möchte ich hier ganz Ihrer Fantasie überlassen. Das hier ist ein sehr, das ist ja neu, das haben die ja mit dem Release dieses Theaterstücks, meines Wissens nach, ich habe den originalen Artikel gelesen, da war er nicht drin, haben die ja diese Zusatzinformationen hinzugefügt. Das ist, und ich bin wirklich kein Jurist, aber nun wirklich sehr interessant für ein potenzielles Verbotsverfahren, weil das vollkommen neu ist. Es war nicht klar, dass hier ein wissenschaftlicher Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten im Bundestag Informationen besorgt, um dem politischen Feind hinterherzustellen, ihn zusammenzuschlagen zu lassen und plant, Listen anzufertigen, um das zu wiederholen. Diese Plattform gibt es. Ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Dorian Schubert eine Plattform gegründet. Mein Kollege Dorian kennt man von vielen Demos. Er lädt auf YouTube gern Filme von unseren Aufmarschen hoch, chattet mit Bombenbauern und behauptet von einem Kollegen, dass er einen Schuhleckfetisch habe, was auch stimmt. Aber kommen wir nun zur Plattform. Ihr Name, Dokumentation, Linksextremismus. Hier sehen Sie die Menschen mit Namen, Geburtsdatum, teilweise auch mit Adressen. Wie gesagt, als Mitarbeiter der AfD habe ich da Zugang zu besonderen Quellen. Und über diese Plattform ist das, was wir den Fall Lina E. gemacht haben, erneut möglich. Immer und immer wieder. Vielen Dank. Ja, danke. Wenn ihr jetzt so ein bisschen Revue passieren lasst, einfach auch was die, also jetzt kürzlich einfach erst. Ich habe es gesagt und ich wiederhole das zu dem Zeitpunkt, als ich gesehen habe auch, ich glaube, die Reaktion dazu ist gestern hochgeladen worden. Wie viel absurder es jetzt wirkt, dass sich Christian Lindner, Finanzminister der Bundesregierung, auf eine Bühne gestellt hat, um einer Bewegung, mit der er nichts zu tun hat, zu gefallen und sagt, das ist irgendwas von Linksextremismus, ist natürlich dann nur noch absurder. Also wirklich. Das ist dann einfach so, das ist dann einfach absurd. Rücktritt wird es nicht geben, natürlich, weil es gesellschaftlich so ein bisschen ha-ha-hi-ji. Ich meine, viele Leute raffen den Zusammenhang zwischen der Methodik der Bauernproteste und der Methodik der letzten Generation immer noch nicht und denken, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber man merkt das auch gesellschaftlich ein bisschen. Als nächstes darf ich dann Ulrich Vosgerau das Wort geben. Er ist Jurist und Mitglied im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Er war Akademischer Rat an der Universität Köln und hatte Lehrstuhlvertretungen an der... Natürlich wird das Ganze nicht aus dem Kontext gerissen, aber alle Sachen... Also ich wüsste nicht... Wenn du die... Guck dir die Recherchen und die Analysen darauf an, die Bilder, die Treffen, die Dokumentationen, die Mitschnitte, die Videos, all die Sachen, die hier aufgearbeitet werden, sind mitnichten... Ach, das ist ja alles nur... Nee, Bro. Nee, ganz und gar nicht. Es gibt keinen Aspekt, an dem man das, was hier gesagt wird, in irgendeiner Form relativieren könnte. Und ich wüsste auch nicht, warum man das machen sollte, außer... Also es gibt Leute, die das machen. Und zu denen willst du nicht zählen. Das ist ganz klar. Es gibt Leute, die das tun und die treten vor Kameras und reden dann von irgendeiner Stasi-Aktion und weinen dann ein bisschen rum. Wir werden abgehört. Man kann sich heutzutage wohl noch nicht mal mehr mit Rechtsextremen treffen. Ludwig Maximilian, Universität München, sowie den Universitäten in Hannover, Passau und Halle-Wittenberg. Herr Vosgerau vertritt zudem die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht im Streit um Fördergelder für die Erasmus-Stiftung. Herr Vosgerau ist mehr so der interaktive Typ. Deswegen würde ich bitten, dass wir uns alle hier mal so wie in der Schulklasse versammeln. Bildet mal so. So meinst du? Ja, zu Recht mit Blick zu Ulrich. Ach so. Ah ja. Gut. Das ist lieb. Ich bin viel jünger. Muss ich jetzt auch sagen, dass ich eine Bühnenfigur bin oder sowas? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Tag. Also, ich bin jetzt nicht wirklich der Ulrich Vosgerau. Was ich jetzt sage, habe ich auch nicht so gesagt. Aber den wesentlichen Punkt, den ich machen will, den habe ich schon so gesagt. Das haben die vom Korrektiv recherchiert. Der Rest drumrum, der ist fiktionalisiert. Damit es ein bisschen lustiger ist halt. halt. Aber, na ja, so richtig lustig ist es eigentlich gar nicht, wenn ich mir das richtig so anschaue. Gut, ich komme einfach gleich zum faktischen Teil. Türken können sich keine eigene Meinung bilden. Oder anders. Ich denke, dass sich Wähler türkischer Herkunft keine unabhängige Meinung bilden können. In Deutschland leben 2021 rund 8 Millionen Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund. Das sind 13 Prozent aller Wahlberechtigten. Ich möchte hier mal darüber nachdenken, Wahlen anzuzweifeln. Also, wir haben in Amerika gesehen, welche narrative Kraft aus den Election Deniers rund um Donald Trump möglich ist. Ja, und das wollte ich jetzt mal einfach mal so in die Runde stellen. Gibt es da vielleicht irgendwelche Impulse, wie das möglich wäre? demokratische Wahlen zu delegitimieren? Man könnte Wahlhelfer belästigen. Oh, interessant, ja. Oder die Wahlbriefkästen blockieren, zukleben. Ah, ja. Oder internationale Wahlbeobachter engagieren, muss er schreiben. Klassische Übernahme Trumpism von dieser Trump-Alternative, den Trump machen. Also, das war ja auch schon bei, das wurde ja jetzt auch schon 2021 so ein bisschen versucht. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass die AfD so ein bisschen den, ja dann, ihr seid übrigens berechtigt, bei Wahluhren Wahlhelfer zu sein. Könnt ihr euch, ich weiß, der eine oder andere wird sich da richtig erinnern können, um dieses Zweifel, diesen Zweifel einer demokratischen Wahl ein bisschen im Vordergrund zu setzen. Um dann zu sagen, ja Briefwahlen sind ja nicht so sicher. Dann werden irgendwelche Videos gepostet, wo irgendein Postbeamter rumsteht. Weißt du, das ist so, das ist so ein, das, naja, was war das? Musterschreiben. Was meinen Sie damit? Naja, man könnte Musterschreiben entwickeln und ins Netz stellen und wo die Leute dann das einfach runterladen können, ausdrucken, unterschreiben und dann die Wahlen anzuzweifeln. Okay, 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 das heißt, jeder Wahlberechtigte kann Einspruch gegen die Bundestagswahl einlegen, eine Welle an Einsprüchen könnte das Narrativ etablieren, dass Wahlen manipuliert wurden. Das ist gut, ja, denn es geht ja letztendlich um Zweifel, nicht? Um Zweifel an Wahlen und am Funktionieren des demokratischen Systems. Daraus ließe sich eine ganze Kampagne entwickeln. Ja, das trifft sich übrigens ganz gut. Die AfD bereitet jetzt gerade eine Musterklage gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor. Die soll noch im Frühjahr raus und dazu dann noch eine Kampagne, die zeigt, wie luxuriös die Sender ausgestattet sind. Ja, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Nazis mögen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Ich meine, ich weiß gar nicht wieso, ist ja nicht so, dass unabhängige Journalisten, also unabhängig von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht auch, gewisse Treffen besuchen, um dann Informationen zu erlangen. man könnte sagen, Faschisten mögen Journalismus nicht, außer er unterliegt dem Propagandaministerium, wie sie es halt wünschen. Also, und je mehr Menschen dem Musterschreiben und der Musterklage bei der Musterklage und beim Musterschreiben dabei sind, umso höher die Erfolgswahrscheinlichkeit. Das werde ich mal gleich an die Arbeit. Gut, ich freue mich jetzt schon auf den konservativen Aperitif am 26. Januar, wirklich, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Konservative Aperitif. genau. Der ist dann auch hier, also im Landhaus Adlon. 26. Januar. 26. Januar. Landhaus Adlon. Ob der stattfindet? Nächste Woche, nächste Woche, Freitag, oder? Weiß ich nicht, weiß ich jetzt nicht, ob der Stand, ob das Künstler standfindet. Na gut, dann, dann, ihr könnt euch jetzt wieder auch nochmal, also wir dürfen wieder zurück. Dann will ich die Gunsterstunde mal kurz nutzen und nochmal freundlich auf unsere Kernaufgabe hinweisen. Wir sammeln ja Spenden hier. Bargeld, Spenden und Tagungsbeiträge können Sie, wie gesagt, ganz dezent einfach der Astrid übergeben. Dann, denn wir alle hier im Raum, wir finanzieren ja unter anderem die Identitären und Martin Sellner. Das ist wirklich klasse. Also, vor allem auch, weil ja Abgeordnete der AfD hier sind und ihr immer so tun müsst, als wärt ihr nicht rechtsextrem. Und dann auch hier die Mitglieder der Werteunion. Schön, dass ihr hier ihr wahres Gesicht zeigen könnt. Danke, wirklich, wirklich, danke. Doch damit ist nicht getan, denn ich sehe meine Bestimmung darin, rechtsextreme Aktionen zu stärken. Dafür organisiere ich bereits seit über zwei Jahren Spendenkampagnen unter Unternehmern. Es gibt eine ganze Liste von Finanziers, die dazugehören. Christian Goldschack, Gründer der Fitnesskette FitPlus und ehemaliger Gesellschafter des Süddeutschen Verlages zum Beispiel. Oder Klaus Nordmann, ein Mittelständler aus NRW und AfD Großspender, Gloria von Turn und Taxis. Echt? Die Gloria von Turn und Taxis? Naja, wir sind uns ja wohl bekannt, Gloria und ich, wir, also. Naja, entschuldige mal, spendet die oder nicht? Naja, wir sind uns ja wohl bekannt, die Gloria und ich, also. Komm, das war doch jetzt eine ganz einfache Frage. Naja, wir sind uns wohl bekannt, die Gloria und ich. Gut, Fakten, Schiri, hören wir zu. Wie ist das jetzt, wenn der Mörig faktisch etwas sagt, das aber faktisch wahrscheinlich gelogen ist? Dürfen wir das dann sagen? Keine Ahnung. Mach weiter. Oder natürlich auch ein Spender, Alexander von Bissmann, du wilder Hengst, du. Bisher laufen diese Spenden über das private Konto meines Schwagers, der ist Banker. Doch dem wird die Sache nun zu heiß und ich weiß, dass es einigen hier im Kreis am liebsten ist, einfach direkt Briefumschläge bei meiner Astrid abzugeben. Aber wir wollen die Form der Spenden ein bisschen professionalisieren. Krypto am besten. Und bei unserem nächsten Düsseldorfer Forum einen nicht eingetragenen Verein haben, über den dann die Überweisungen laufen können. Versteht ihr? Das ist wirklich nichts von... Entschuldigung, gibt es hier jetzt Kaffee? Ja. Oh. Ah ja. Ja, aber das ist nicht... Wir haben zwar Kaffee, aber Sie können sich keinen nehmen. Wie jetzt? Ich liebe die Uhr. Ich habe ja auch ein Zimmer gemietet und ich habe richtig dolle Bock auf Kaffee. Sie dürfen hier nicht sein. Diese Runde ist exklusiv. Ach so. Ist sie das? Oh, Digger, die Uhr. Nein. Ach so. Doch. Also kein Kaffee. Also wirklich kein Kaffee. Raus! Die braune Suppe, die bleibt bei uns da. Entschuldigt. Patrioten. Der hatte aber eine coole Armbanduhr. Okay. Ähm. Ach, ist das toll? Äh, na gut. Ähm, äh... Wenn wir jetzt hier gerade so nicht so munter beilsammen sind, dann, äh, oder doch schon, dann möchte ich mich jetzt hier auch mal kurz einschalten. Hallo. Ähm, ich bin nicht Ulrich Siegemund, der Fraktionschef der AfD aus Sachsen-Anhalt. Genau, der. Der bin ich nicht. Ulrich Siegemund, AfD Sachsen-Anhalt. Also jetzt stopp mal, das dauert ja länger als das, was ich vorlese. Aber das bin ich nicht. Ich verstehe das ja alles mit dem journalistisch korrektem echt mega wichtig. Aber hier in dem Fall ist das ja alles Quatsch. Sorry, Leute. Wir wissen, dass er das gesagt hat. Also, Ulrich, komm mal nochmal. Gut. Ja. Dann, Alforno. Na gut. Äh, wenn wir jetzt gerade eben schon so munter beisammen sind, dann möchte ich mich auch kurz mal einschalten. Hallo, ich bin Ulrich Siegemund, der Fraktionschef der AfD aus Sachsen-Anhalt. Genau der. Der da. Der bin ich. Ulrich Siegemund, AfD. Sachsen-Anhalt. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle doch mal sagen, dass ich circa 1,37 Millionen Euro an Spenden für die nächste Wahl benötige. Und zwar zusätzlich zu dem, was von der Partei schon zur Verfügung gestellt wird, versuche ich jetzt damit, Gelder an der Partei vorbeizuschleusen. Wer weiß das schon. Aber ich sag mal so, boah. Also, was möglich wäre, wenn ihr hier rein zufällig Personal bezahlt oder Agenturen, die so Dinge machen, die ich eigentlich auch machen will, versteht ihr? Das wäre super. So. Direkte Parteispenden sind natürlich das Sauberste. Aber ich will hier einfach auch einmal klarstellen, es gibt ja auch alternative Wege, um Zuwendung zu machen. So etwas, das können wir auch ganz gerne dann im Einzelgespräch persönlich hier ausmachen. Ich stehe dann nach der Veranstaltung, stehe ich dann zur Verfügung, dass wir dann ganz individuell den besten Weg finden können. Dankeschön. Dankeschön. Korrektiv schreibt, dass Teile der AfD mit Neonazis und neuen Rechten eng vernetzt sind, ist nichts Neues. Bisher aber schob die Partei das Problem auf einzelne Orts- oder Landesverbände. Bei dem geheimen Treffen in dem Hotel ist aber auch ein Vertreter der höchsten Eben der Partei präsent. Roland Hartwig, nach Angaben mehrerer AfD-Insider im Bundestag eine Art inoffizieller Generalsekretär der Partei. Einer, der Einfluss auf die höchsten Entscheidungsebenen der Partei hat. Vor den Gästen bekennt sich Hartwig als Fan des neurechten Aktivisten Sellner, dessen Buch er gerade mit großer Freude lese. Auch nimmt er Bezug zu dem vorher besprochenen und von Mörik bezeichneten Masterplan. Und er ist es auch, der von der Musterklage gegen den Rundfunk und der Kampagne gegen die Sender erzählt. Im Kontext von Sellners Vortrag sei auch das Projekt zu sehen, das Möriks Sohn bei dem Treffen vorstellt. Friedrich Arne Mörik soll eine Influencer-Agentur aufbauen, die unter anderem von der AfD finanziert werden soll. Der andere Teil soll dann von Unternehmen kommen, indirekte Werbung, für die auch hier Spenden gesammelt würden. Mörik Junior wolle Rechtsschutz für rechte Influencer garantieren. Das Ziel sei, so Hartwig Einfluss auf die Wahlen zu nehmen, vor allem bei jungen Leuten. Die Generation, die das Blatt wenden muss, steht da. Ah, gut, Alter. Wie ist ein großer, berühmt auf Streamer gesagt, hat er mal, Gott sei Dank ist Twitch so ein linksgrün versiffter Sch*** auf. Mit diesem Plan sollen also junge Menschen auf Plattformen wie TikTok oder YouTube mit den Inhalten bespielt werden, die dann als normale politische Thesen wahrgenommen werden sollen. Der nächste Schritt in diesem Projekt, so Hartwig, werde jetzt sein, das Vorhaben dem Bundesvorstand zu präsentieren und die Partei davon zu überzeugen, dass sie auch davon profitiert. Hartwig sagt dazu auch einen entscheidenden Satz. Der neue Bundesvorstand, der jetzt anderthalb Jahre im Amt ist, ist offen für diese Fragestellung. Wir sind also bereit, Geld in die Hand zu nehmen und Themen zu betreiben, die nicht unmittelbar nur der Partei zugutekommen. Man bekommt den Eindruck, als trete Hartwig, die rechte Hand von Alice Weidel, hier als Vermittler zum Bundesvorstand, der AfD auf, um die inhaltlichen Pläne dieses Treffens in die Partei zu tragen. Am Abend danach ist alles still. Das Hotel wirkt wie ausgestorben. Nur ein leichtes Fernsehflackern kommt aus der Junior-Suite. Der Schnee ist geschmolzen, Es bleiben zurück ein rechtsextremer Zahnarzt, der sein konspiratives Netzwerk offenlegt, ein Treffen von radikalen Rechtsextremen mit Vertretern der Bundes-AfD, ein Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern aufgrund ihrer Ethnie, also ein Plan, die Artikel 3, Artikel 6, Artikel 16 und Artikel 21 des Grundgesetzes zu unterlaufen, die Offenlegung mehrerer potenzieller Spender für Rechtsextremismus aus dem gehobenen Bürgertum, ein Bundestagsmitarbeiter und offener Rechtsextremer, der damit prallte, Schläger-Trupps auf Kronzeugen zu jagen und nach Vorbild der Gestapo die Gewaltenteilung aufzuheben versucht, ein Verfassungsrechtler, der juristische Methoden beschreibt, um demokratische Wahlen systematisch anzuzweifeln, ein Landtagsfraktionsvorsitzender der AfD, der Wahlspenden an der Partei vorbei organisieren will, und ein Hotelbesitzer, der etwas Geld einnehmen konnte, um seine Kosten zu decken. Und noch was? Was meinst du? Das Video. Ach so. Ja, ja gut, also, können wir das Video bitte mal haben? Da, das ist der Eingang vom Adlon und der wurde da von den Autokameras aufgenommen. Ein Mensch mit einer Kamera vor dem Gebäude, was wohl sein Beruf sein mag. Denkmalschützer? Oh, mein Gott. Behördenmitarbeiter? Oder vielleicht doch jemand vom Verfassungsschutz? Oh, da ist ein Beamter vorbeigekommen? Der hat da Bäder außen gemacht? Hm, na hoppala. Sollte das jemand vom Verfassungsschutz gewesen sein, möchten wir freundlich darauf hinweisen, die Reporterfabrik von Korrektiv bietet unter reporterfabrik.org auch Weiterbildung für investigativ interessierte Anleitung. Vielleicht schaffen Sie es dann das nächste Mal auch ins Gebäude rein. Krass. Wir wissen, dass dieser Abend keiner ist, aus dem man fröhlich herausgeht. Worum es im Düsseldorfer Forum geht, ist nichts weniger als die Zerstörung unserer Demokratie. Die Zerstörung, wie wir gehört haben, ist im Gange. Sie passiert jetzt. Und dennoch zeigt oder erzählt dieser Abend auch noch etwas anderes. Er erzählt einerseits davon, dass die Faschisten echt Angst vor den Antifaschisten haben. Und das ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Das darf man nicht, das müsste man vielleicht noch mal sagen. Die kacken sich ziemlich ein alter vom antifaschistischen Widerstand. Vor der antifaschistischen Aktion ganz besonders. Wie oft der Mann der Herr Möhring darauf hingewiesen hat, dass das alles unbedingt geheim bleiben muss. Aber dann kommt der Uhrenmann einfach wirklich der Uhrensohn ist in den Raum gelaufen. Gibt's hier Kaffee? Worüber dieser Abend aber zweifelsohne erzählt, von der Bedeutung von unabhängigem Journalismus. Er erzählt von Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um unsere Demokratie zu stärken. In diesem Fall arbeiten diese Menschen für Korrektiv. Herzlichen Dank auch an Greenpeace dafür, dass sie Korrektiv Recherchematerial zur Verfügung gestellt haben. Aber vielleicht wird dieser Abend auch Teil einer neuen Erzählung. Eine Erzählung, die damit beginnt, dass wir uns gegen die faschistischen Kräfte in unserem Land wehren. Es könnte eine Erzählung sein, die zeigt, dass wir viele sind, dass wir laut sind, dass wir als Zivilgesellschaft nicht pennen, sondern dass wir hellwach sind und dass wir uns unsere Demokratie nicht kaputt machen lassen. Schön. Applaus 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 So Der Der Link Zum Verteilen ist jetzt im Chat Das Original sozusagen Ich werde selber auch Dieses Video als Reaktion hochladen Wenn das denn Durch den Copyright Ihr wisst ja immer wie das auf YouTube läuft Das muss der Cutter erst gucken Aber das wird auf jeden Fall auch passieren Ich denke das Reproduzieren von solchen Das Reproduzieren von solchen Recherchen Ist gerade sehr sehr wichtig Das Liken Dieses Contents auch und ebenso Schön Darum macht das doch gerne Die Wiedergabe von solchen Recherchen In Textform Das macht der ein oder andere Aber das hier nochmal so wiedergegeben zu bekommen Das vorgelesen Das dargestellt Das in einem Theaterkontext Dass das nochmal so gemacht wird Das ist sehr sehr krass Und das hat wirklich Das hat mir sehr gut gefallen Das hat mir sehr gut gefallen Und man muss einfach mal sagen Während wir Wahnsinn Weißt du Wir gucken uns Wir gucken uns Seit Wochen gucken wir uns Die Selbstzerstörung von STRG F Aus dem öffentlich-rechtlichen Funk Sortiment Gucken wir uns das an Während eine unabhängige Davon losgelöste Redaktionseinheit Einfach so Bärendienste für die Demokratie macht Und man sich bei Funk fragt Wie der Chunky-Flavor schmeckt Also Das ist schon Das ist ein bisschen peinlich Möchte ich fast sagen Ist ein bisschen peinlich Aber Nochmal Schön, dass es solche Unabhängigen Sachen gibt Und nicht Nur Fragende STRG F-Videos Alter, das war ganz schön krass Dus Musik 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 medications Musik